so liebe freunde wir begrüßen euch hier zu einem neuen projekt und zwar wie ihr schon seht spielen wir die black ops 2 hier wir spielen natürlich terraria haben uns heute gekauft und wollten eigentlich mal reinschnuppern aber dann haben wir gleich gedacht können wir auch mal aufnehmen oder jonas leckt so ein bisschen weil wir privat hosten deshalb das ist noch ein bisschen ja was ich jetzt sagen schlecht ist halt nicht aber vielleicht werden wir und wir sind wirklich terraria noobs als wir spielen sitzt zum ersten mal ich habe ich habe es manchmal bei ein paar youtube youtube gesehen also ich habe es mal geschafft eine werkbank zu bauen ich bin da im inventar da auf herstellen die einfach mal unten wo ich werde hier gerade gekillt ja nimm du mal jonas steht und diese diese blubber die sind auch wichtig denn da kannst du da fackeln mitmachen mit diesem mit diesem clip oder was da rauskommt platziere ich was mit rechts ja ich habe es jetzt steche jetzt kann ich mir herstellen ich kann tauchen machen ein schild ein tisch ein stuhl eine holztür also hier haben wir kupfererz ich glaube das ist wirklich wichtig deshalb nehme ich es einfach mal mit ich nehme so ein slime oder was das ist und falls ihr uns helfen könnt bei irgendwie bei irgendwelchen sagen weil wir sie kennen uns echt null damit aus oder jonas genau nehmen wir zum beispiel gerade steinblöcke und erdblöcke ich auch ich kann mich jetzt mal rein macht es mal denn wir machen hier und ich glaube erst mal ein haus also wie in minecraft eigentlich brauchen wir ein haus schätze ich mal ich habe das kupfererz mal abgebaut ich habe nur stein jonas baut mal hier und eine kleine hütte ich okay soll ich das irgendwie eine höhle oder oben drauf ich pass mal auf den bergteil er macht das kommen wir noch her so jetzt jetzt das bauen das geht ganz leicht und da wollte deine tür braucht man auch genau wo man die werkbank ab ich weiß nicht ob wir hier noch ein bisschen holz abfahren wie kann ich die werkbank wieder abbauen mit der axt oder ich habe keine ahnung ja ich habe jetzt die die werkbank wieder hinstellen da ist ein blauer kippe oder blubber ok der hat ja auf jeden fall viel mehr leben damit sich mal eine türe gebaut ja ich habe das gerade voll mit was ist da steckwand das kann ich mir alles blitzen hier in eine holz wand ich habe jetzt irgendwie wollen mich dazu bauen warte ich versuche mal hier irgendwas warte wo bin ich denn hier ich habe es in der holz wand aber ohne holz wand ich zugewachsen holz wand holz wand holz ja wir brauchen wände genau warte wegwand kochen und holz wand wie wurde steinwand ist so platziert macht so wie man auch abbaut ich habe eine türe die mache ich mal hier rein ich habe dann nichts mehr das darf ich kann die türe nicht platzieren vielleicht ein boden oder so noch rein fragt mich nicht jonas ja warte gibt es ja auch bilden oder wenn wir an den boden jetzt kommt ein vieh auch mal zu bitte ich weiß warum du da keine türe platzieren kannst weil wir wissen wissen immer drei hoch ach ja genau ähm lol wir müssen das jetzt dann mal zu machen hier da kommt ein vieh ich töte das mal bitte oh fuck ich auch man platziert er jetzt endlich boah platzieren ja ja warte warte ich muss das spiel doch platziert doch ja geschafft mach mal hier den dreck noch weg ja mach ich mach ich wo die profis aber ich denke gibt sie auch kichten oder sowas oh die gibt es durchstum aus holz und so kann man eine wand machen rupfermünzen doll außen geht es nicht ab okay warte ich mach mal kurz eine eine fackel wo gibt es fackeln hey ich hab schon ich hab drei fackeln hab ich oh sag das doch wo hab ich die her ja okay die wand sieht perfekt aus unser haus sieht auf jeden fall richtig gut aus was machst du die wand geht übers haus raus ja sorry das kann man aber nicht abbauen oh scheiße mach mal tag ja wie weißt du wie viele blöcke man hoch springen kann zwei glaube ich habe ein problem ich habe keine wände das habe ich alles weggeschmissen aber wohin weißt du das jetzt warte ja ich hab sie auch doch endlich ich bin gerade zu blöd du sollst aber keine hinterlösen die soll ich dich abbauen ja geht nicht gleich ein loch jetzt und ich will warten bis es tag ist oder ich kill die monster kurz nein alter das sind zwei wie mach ich türen auf hä kevin wurde durch wer ist kevin keine ahnung es regnet sogar wie macht man türen hier auch bei dem scheiß soll ich auch machen ja wie geht es jetzt habe ich mein schwert weggeworfen wo habe ich das jetzt hingeworfen mir wahrscheinlich hast du das ja ich hab's lass mir mal her wie geht es wegwerfen müsste bei dir R sein glaube soweit ich weiß warte R du musst aber in meine richtung werfen keine ahnung ich kann hä wie wie soll das gehen warte jetzt R ja oh man geil aber ich ich verpiss mich mal da nach unten du hast gerade ein mikro gemütet ja ja ich weiß wie werfe ich das weg ich kann mir aber nur mit kurzem machen mach halt ein so stein ja wie weil ich wahrscheinlich zu wenig stein habe ich wahrscheinlich zu wenig stein für hab welche aber ich weiß nicht wie muss er weg als scheiße ne ja warte ... Vielen Dank.